Unser Starreporter Jan Böhmermann, 1Live-Legende Jan Böhmermann. Hast du gewusst, dass Jan jetzt eine eigene große Radioshow hat in 1Live? Nein, nein. Ja, im 14-Tägenwechsel. Big und Böhmermann heißen die Sendung. Extrem erfolgreich, vier Stunden jeden Nachmittag auf 1Live. Und das Tolle ist bei Jan, er ist wirklich so ein wirklicher Workaholic. Er ist morgens bei uns bei der Redaktionskonferenz, liefert noch Top-Ideen und läuft dann rüber zum WDR, um dort zu Sendung machen. Und warum ist er so erfolgreich, meine Damen und Herren? Weil er es schafft, den Haarschnitt von 1933 mit der Musik von 2010 zu verbinden. Das ist genau das, wo man beim WDR sagt, Set's the Future, Big und Böhmermann. Wahrscheinlich verkrachen sich die beiden bald. Ich schätze, bis in 14 Tagen haben sie Krach. Dann fliegt Big raus, das ist der Weg aller Dinge und die Show heißt The Böhmermann Show. Nachmittags im WDR. Und Jan Böhmermann hatte sich trotzdem Zeit genommen, obwohl er fünfmal die Woche diese vierstündige Radioshow am Nachmittag trägt. Er trägt sie, er trägt sie mit seinem Assistenten. Er war auf dem nordrhein-westfälischen CDU-Parteitag bei der Krönungsmesse für Norbert. Ich bin der beste Freund von Armin Laschet-Röttgen. Und er hat sich dort umgesehen. Was macht diesen gutaussehenden, smarten Cluny vom Rhein verdammt nochmal so erfolgreich? Wie scharf will es die CDU noch treiben? Erst Sexbombe Volker Bouffier in Hessen und jetzt in Nordrhein-Westfalen. Der George Clooney von Meckenheim. Norbert Röttgen, Bundesknackarschminister und Panther-Fan. Der sieht schon auch von Weitem verdammt gut aus, ne? Das ist keine Frage, wo ich drüber rote. Die CDU-Parteibasis hat den geilen heißen Schoß sprechen lassen. Die rassige Raubkatze Röttgen soll es sein. Und mal ehrlich, wer träumt nicht davon, mit dem grau melierten Großkatzenminister mal so richtig das Gleisbett zu schottern? Wildes Kinngrübchen, makellos schöne Gesichtshaut, so sexy, dass er in Berlin bleiben muss. Und die Weiber stehen natürlich Schlange. Wie war das gerade, bei Norbert Röttgen so nah dran zu sein? Ja, es ist einfach toll, das zu erleben. Es ist anders als im Fernsehen. Es ist, ja, es nimmt einen einfach mit, ja? Also, ich kann eben halt auch sehr gut reden. Ich habe ihn schon mal in Lippstadt erlebt und, ja, es ist einfach ein sehr positives Gefühl. Und alle interessiert nur eins. Eine ganz kurze Frage für seit 1 Millionen junge Mädchen zu Hause. Fragen Sie sich, Herr Röttgen, wie machen Sie das mit dieser wunderschönen Haut? Welches Pflegeprodukt benutzen Sie? Wasser und Seife. Danke. Ehrlicher Umweltschutz, grundehrliche Landespolitik und Sex, Sex, Sex. Das gibt's wirklich nur in der CDU. Steht ja auch da oben. Nur die mit weniger Sexappeal gesegneten Boys sind traurig oder angepisst. Die Frage ist mir offen gestanden zu albern. Politik ist auch mit Abstand zu wichtig, als dass sie an solchen Kriterien wie sexy oder unsexy gewertet werden dürfte. Ich halte es für ein irrelevantes Kriterium. Und ich sehe auch gar keine Notwendigkeit, nun zu dementieren, dass er nicht gut aussehe. So, jetzt lassen wir es. Sie können es auch so senden. Ist mir auch recht. Ich finde es grotesk. Ich finde es schlicht grotesk. Aber die Frauen in der... Sieht der gut aus? Ist der sexy? Ist das ein neuer Anfang? Unverbundetrags-Prägerin Norbert. Ein Podcast von daserste.de 1. 4. 8. 9. 10. 10. 11.